Hi, hallo zu einem neuen Stiltalk oder zu zwei neuen Stiltalks. Im Hintergrund seht ihr nämlich das Ankora Yacht Festival in Neustadt-Felzer-Haken. Und ich bin kurzerhand hier hochgefahren, um gleich Heimke Böhner, die Sigebildmalerin, zu besuchen und Andrea Wapakowski. Also ich freue mich sehr darauf, sie euch vorzustellen. Bis dann, tschüss! Hallo Andrea! Hallo! Aber ich besuche dich jetzt hier auf dem Ankora Yacht Festival, worüber ich mich sehr freue. Und wir sind hier an deinem Stand und wieder einmal, so wie es auch aufs Stiltilt steht, was heißt wieder einmal, es dreht sich um die maritime Kunst. Und ich habe gedacht, ich nutze das mal, dass du uns selber vielleicht ein bisschen erzählst, welche Kunst du machst, wie du sie machst. Und wir können hier gerne mal anfangen mit diesen wunderschönen Quallenbildern, in die ich mich eigentlich so oder so immer schon verliebt hatte. Wie ist es da, die Qualle? Also du kannst, erstmal bin ich ja von Haus aus Biologin, insofern habe ich ja auch Meeresbiologin den Bezug dazu. Und diese, das ist alles Acryl mit Mischtechniken. Teilweise mit Tuschel, mit ein paar Feldkreide, also ganz unterschiedliche Techniken sind dabei. Und das sind halt jetzt meine drei, die Serien, meine Jelly Fishes. Und wunderschön. Hier ist es auch mal gerahmt in Silber. Das ist eigentlich immer auch ganz schön, wenn man das, man kann es auch ohne Rahmen machen, aber wenn es ein schöner, schlichter Rahmen dazu passt, einfach mal. Super, sehr schön. Wollen wir um die Ecke gehen, wo du die weiteren Bilder hast? Ja, gerne. Zum Beispiel Söld hier oben. Söld. Plattvolkthal, Garnelie. Ja, Little Tehütte, so eine kleine Welle für Surfer. Man kann es auch schön anfassen. Die Bilder sind auch teilweise zum Anfassen dann. Sag mir nochmal, es wird eingesetzt. Acryl? Was setzt du noch ein? Das ist jetzt nur Acryl. Nur Acryl. Also verschiedene Schichten, die übereinander gearbeitet sind. Genau, das sind nämlich 15 Schichten drauf. 15 Schichten. Hier habe ich sogar noch ein paar Muscheln mit eingearbeitet. Und Sand. Ja. Und der Dickenkastel. Ja. Da sieht man hier auch noch irgendwo hier so kleine Muscheln. Ja. Ja, und dann bin ich ja auch selber Seglerin. Richtig. Deswegen muss ich ja auch immer wieder Brutel malen. Was heißt muss? Wir freuen uns. Ja, ich freue mich an dich auch. Das ist das Volkgebot. Das hatten wir, so eins hatten wir auch mal früher. Das ist einfach toll. Und die Farben immer wieder schön. Du hast eine Freude auch an der Farbe. Das ist kräftig. Also ich male ja auch. Man sieht sehr, sehr kräftig. Ja. Das ist sogar mal ein bisschen zurückgenommen. Fast ein bisschen pastellig. Ja, aber sehr, sehr schön. Ich wandere mal rüber rechts. Das sind jetzt auch mal Segel hier. Das sind die Segel. Das sind die Segel. Genau. Da habe ich auch mal verschiedene Techniken. Stimmt, du hast recht. Jetzt sehe ich sie. Die Spinnaker sind das. Ja, natürlich. Klar doch. Das sind halt Butterball, die Fische und die Schinkfrau Kompliments. Das habe ich mal probiert mit Metallfarbe. Also die schimmern auch. Also ich versuche immer verschiedene Techniken auszuprobieren und zu kombinieren. Was kosten die Bilder ungefähr? Also dieses kostet zum Beispiel 450. Ja. Das ist 350. Mit Bild zum Beispiel. Das kostet jetzt 1100. Das ist 50 mal 1,50 Meter. Das ist natürlich auch ein ziemlich großes. Und man muss dazu sagen, das sind ja auch alles Unikate. Alles. Also es gibt keine, die gibt es nicht nochmal. Ja. Also das ist wirklich ein Original. Kein Druck und hat ja auch keine Vorlage, sondern wenn, dann vielleicht mal ein Foto von mir, was ich selber gemacht habe. Und wir haben noch mal ein paar Bilder, die wir uns anschauen können. Sind auch jetzt solche Papier und Sand. Immer das Meer, ne? Sehr gerne das Meer. Immer das Meer. Oder aber die holsteinische Küste, ne? Ja, genau. Wenn ich jetzt hier drumherum drüber gehe. Genau. Hier sind dann eher so die Rapsfelder. Oder Golden Fields heißen die. Sehr, sehr schön. Ja, und hier nochmal auch Landschaften. Also Wasser, Wasser, Wasser. Das ist ja auch auf Stildate beschrieben, dass du eine Künstlerin bist, die sowohl gegenständlich malt, als auch abstrakt. Ja. Da unten ist zum Beispiel ein abstraktes. Da spiele ich dann immer mal mit ein bisschen Farbe. Ja. Und das ist auf Papier auch, auch Mischtechnik. Nennt sich Colors, ne? Einfach Colors. Genau, einfach Farben. Auch nochmal, also das ist... Oh, dieses Krebs. Oh, herrlich. Dafür ist ja Holstein, Schleswig-Holstein auch bekannt, ne? Und ich meine, jetzt ist es gerade passend. Der Raps blüht ja ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Und links davon, liebe Andrea, hast du mir erzählt, das ist jetzt ganz neu, ne? Das ist jetzt was ganz Neues. Das sind Fotos von mir, die ich auf Sylt gemacht habe. Und dann auch bei einem Fotoworkshop. Die habe ich auf Leinwand drucken lassen. Und ich habe unterschiedliche auch Farben. Und die habe ich dann mit der Hand nochmal bearbeitet. Also mit Farbe nochmal. Genau, und das ist im Prinzip eine Kombination von Fotografie und Malerei. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich so ist, ich hoffe ich auch mal, ein bisschen mehr machen. Wollen wir nochmal auf die linke Wand drüber gehen? Ja, gerne. Das zieht einen auch magisch an, dieses Bild. Das sind jetzt halt meine Segeleine. Ja, also hier müssen dir eigentlich die Segler die Bude einrennen, denke ich mal. Ja, die stehen auch immer alle davor. Aber manche, es ist natürlich auch sehr groß. Es ist ein Meter mal 1,20 Meter. Ja. Da musst du es natürlich auch hängen können, ne? Aber es ist wunderschön. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, um es wirklich voll einzufangen. Superschön. Und links davon nochmal die Freude an der Farbe, die Spinner. Ja, das sind meine Spinner. Da habe ich dann auch ein Schablon und das Papier. Also irgendwie sind da immer so eine, immer sehr viel Mischtechnik dabei. Und überraschende Effekte entstehen da. Andrea, ich freue mich, dass ich dich hier auf dem Festival besuchen kann. Und wer jetzt Kontakt aufnehmen möchte zu Andrea, der weiß ja, wo er suchen muss. Auf Stildate sind alle Kontakttaten hinterlegt. Und Andrea, du machst auch noch Auftragsarbeiten, ne? Das können wir nochmal zufragen. Super. Okay. Alles Gute für dich. Danke, Anja. Tschüss. 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 Tschüss.